Olympia-Looping oder auch bekannt als Fünfer-Looping, denn die Bahn besteht, man mag es kaum glauben, aus fünf Loopings. Ja, mit einer Streckenlänge von 1250 Metern ist sie die größte transportable Achterbahn der Welt. Und wie auch letztes Jahr immer begleitet mich der Junior-Chef Michael Barth. Hi Michael. Du sag mal, aus wie viel Teilen besteht denn diese Achterbahn? Also die Bahn hat 900 Tonnen Gesamtgewicht, wird transportiert auf 48 LKWs. Unglaublich, puh. Und du begleitest mich jetzt auch wieder? Ja. Schön, dann machen wir uns mal auf den Weg, oder? Ja, rein spazieren. Oh Gott, Michael. Oh mein Gott. Also es ist wirklich ein Klassiker, jeder kennt sie. Und sie ist auch wirklich nicht zu übersehen, die Achterbahn, gell? Nein. Ja, also kommt vorbei, Ecke, Witzbudenstraße war es, Ende Schaustellerstraße, glaube ich. Am Ende der Schaustellerstraße vor Kopf. Alles klar. Wuh! Wuh!